Moin Leute und willkommen zu einem neuen Spiel und zwar Duschback Beach Club Wir sind in der dritten Runde, glaube ich schon Mit dieser Art von Spielen Und jetzt befinden wir uns am Strand Mit ganz vielen anderen Assis und ganz vielen heißen Chicks Und versuchen die ein bisschen zu klären Ich glaube das Spielprinzip ist allen bekannt Wir sind ein Assi und müssen krass werden Muskeln aufbauen Und Bitches bekommen Das machen wir jetzt Okay, was haben wir hier? New Okay, wieder eine kurze Übersicht Einstellung, Kohle, Muskelmasse Und Swag ist auf 1% Social Points, Duschness Und Chicksbanked Läuft bei uns Okay, wir gucken mal was hier so abgeht Do your first workout Ich muss diese Handel stemmen Damit ich stark werde Gym Pass Ich meine, ja Jetzt können wir immer ins Gym Was ist denn das Gym? Äh, hallo Ah, hier, okay Okay, erstmal gucken was hier so abgeht What? New So viel gibt es hier Ach du Scheiße The Bar Ich glaube das sind wir im Moment Wir gehen mal kurz trainieren Weil wir müssen ja krass werden Ja, 3% Okay, was gibt es hier noch? Ein Chateauierer Das ist mega nice hier Okay, wir gehen mal hier hin Hier ist eine Bar Bier Äh, 5 Dollar Wie viel haben wir denn? 92 Woher? Okay, wir kaufen uns mal ein Bier Weil damit kann man auch besser trainieren Mmmh, tasty Flirt Wie kacke sie einfach aussieht Mit der reden wir mal Oh ne Get more drunk Okay, wir müssen scheinbar betrunkener werden Um mit der zu reden Äh, mal gucken was passiert Wenn wir mit denen reden Who the heck are you? Oh, scheiße Wir müssen krasser dafür werden Okay, wir sollten vielleicht vorher mal noch Ein bisschen trainieren gehen Da hinten können wir auch irgendwas machen Aber das ist noch nicht freigeschaltet Wir trainieren einfach nochmal Immer noch 3, was? Wie kriegen wir Geld? Ich hab, wir haben mehr Geld bekommen Kriegen wir durchs Trainieren Geld? Ja Scheinbar, okay Oh, new Oh, wir haben Äh, nee Lieber nicht Was haben wir hier? Das sind die ganzen Schifons, die wir bekommen können Was sagt denn hier die Map? Äh, Shopping gehen wir mal Mal gucken, was es da gibt Oh ja, das brauchen wir Ich will eine dicke Goldkette haben Äh, warum ist der so teuer? Scheiße Was haben wir hier? T-Shirts Naja, das ist hier auf jeden Fall schon... Ja, das! Natürlich Äh, können wir eine Sonnenbrille? Oh ja, ich orientiere mich mal natürlich am Ideal Ich natürlich Ich bin das Richtmaß Ja, wir brauchen natürlich eine freshe Ach, du Scheiße Sehen wir kacke aus Jetzt brauchen wir noch einen nice Haircut Ja, der Oh Gott Ja, läuft auf jeden Fall richtig bei uns Was haben wir hier? Klunker Ohrring, ja! Geil! 6% Swig Das läuft bei uns Sneaker brauchen wir natürlich auch Jetzt gibt es ein freshes Sneaker-Opening 100 Euro Das ist Barfuß Ja, okay Wir kaufen uns mal keine Schuhe Weil die Yeezys waren nicht echt Auch eine Mütze Cowboy-Hut Auf keinen Fall Bart Ja, komm Äh, den Fuck, sehen wir geil aus Okay, wie kommen wir hier wieder weg? Ah, über die Karte Alles klar Show Was gibt es in der Show? Talk Yo, yo You need tickets To and through the spot Yo, yo, yo No, David, get it Got it? Get out! Nein, David, get it David, get it? David, get it? Äh, äh Ey, wo kriegen wir die? Naja, wir gehen mal wieder trainieren Aber der Bar ist ein Ausrufezeichen Da gehen wir mal hin Das müssen wir ja immer wachen Wir trinken mal ein Bier Und wir trinken mal noch ein Bier Und wir trinken mal noch ein Bier Und jetzt sieht sie gar nicht mehr so kacke aus So, funktioniert das nämlich Wir kommen bei den Lifehacks Wenn ihr einfach ein Chick anmachen wollt Was nicht so gut aussieht Besorft euch mega Dann geht das Flirt Oh nee, oh nee Was ist das? Warum haben wir das bekommen? Äh, okay, ja Get intimidated with this reality star Was? Mit wem? Mit wem? Mit dem? Who the heck are you? Äh, scheinbar nicht Kacke Oh, Fotos Achso, das sind unsere Souvenirs Ja, cool Ja, läuft auf jeden Fall richtig gerade bei uns Wir müssen aber noch mehr Masse aufbauen Was ist, wird, ah, da können wir Solarium Okay, oder? Ich habe keine Ahnung Okay Trainier einfach mit einer Bank Big Chest Contest Scheinbar müssen wir krasser werden, damit wir da auftreten können Gehen wir mal zum Beach Club Weil irgendwas war ja hier Und da war auch wieder so ein Aufrufezeichen Und wir trainieren mal, damit wir ein bisschen krasser werden Impress this fashion girl Flirt Oh, handsome Your brother makes me horny Was? Was? So einfach? Das war ziemlich easy Okay Ja gut Ähm, läuft bei uns auf jeden Fall Wir brauchen aber noch viel mehr Masse Aber wir müssen ja auch alle Chicks bekommen Boah, ich glaube, ich habe in der ganzen Zeit mehr Masse aufgebaut New Shoes Unlocked Yeah Als Carl S. und Tim Gabel zusammen Will help you gain Masse Okay Ah Warte mal, wir haben so viel Geld Dann kaufen wir uns mal einen Proteinshake Jetzt aber schnell trainieren Schnell Mehr trainieren Ich glaube, es gibt auch Annabodesteroide Denn nur damit kann man das wahre Training genießen Und die rechts nehmen wir uns Hat auch schon ein Auge auf uns geworfen Wir kriegen jedes Mal Geld, wenn wir trainieren Was ist das? Ich glaube, da würde ich auch nur noch trainieren gehen Wenn das so einfach ist Aber dieser Junge, er wird subventioniert vom Staat Weil der muss so gut aussehen Deshalb kriegt der Geld dafür, wenn er trainiert Das ist voll gut, dass wir jetzt so viel Geld bekommen Dann können wir uns neueste Sneaker kaufen Ich meine für 600 Euro Wir kriegen jetzt schon echt die Yeezys Schnell, bevor der Booster weg ist Ja, 18, 19 Prozent Geil Oh, new Ganz viel new Okay, hier können wir die Sachen kaufen Enter cheat here Äh, money Gehen wir mal zum Shop Neue Sneaker sind ja vorhanden Das sind Taucherflossen Ja, kaufen wir mal, ne? Schi, hat den Swag Was ist das denn bitte? Jetzt können wir uns die Kette kaufen Natürlich, endlich haben wir eine Kette am Start Ach so, eine neue Hose Was ist das denn? Ist das hier ein Ernst? Eine Mütze Ja, die hier Boah, sehen wir kacke aus, Alter Okay, wo gehen wir denn hin? Bah Nein Was? Nein New haircut unlocked Geil New earrings Geil Läuft bei uns ja richtig Win the Arm Wrestling Contest Geil Ein Arm Wrestling Contest Was ist das denn für ein Typ? Ja, das ist natürlich menschenmöglich Da wollen wir hin Und so viel Brust aufbauen Dass wir gar nichts mehr sehen Okay, Join Contest Okay, was muss ich machen? Einfach so schnell es geht klicken Ja Das war's schon Oh, wir haben eine Trophäe bekommen Geil Lomatico Wea Trinken wir uns erstmal ein Bierchen drauf Kann ich mit der reden? Nö Was ist das für ein Typ eigentlich? Die da immer so Fotos machen Können wir mit denen schon? Who the heck are you? Okay, Entschuldigung Social Points Wie kriegen wir denn Social Points? Ach so, wir haben schon acht Okay, ja gut Wir trainieren noch einmal Damit wir stark werden Müssen wir aber gleich lieber einen Protein Shake nehmen Wobei gleich ist ja relativ Denn Das war's schon wieder mit dieser Folge Duschback Beach Club Wenn euch der Teil gefallen hat Würde ich mich über eine positive Bewertung freuen Und wenn ihr das Video teilt Schreibt mal in die Kommentare Welche Version ihr bis jetzt am besten findet Die anderen beiden Habe ich euch nochmal unten In der Videobeschreibung verlinkt Würde ich sagen Schaltet beim nächsten Video ein Bis morgen Tschüss